ja liebe leute ich begrüße euch zu einem neuen video hier auf meinem kanal und auch jetzt wieder am stand von aqua united tropik marine et cetera pp was ihr auch immer alles habe ich blende euch das mal eben mit ein und neben mir sitzt der eric ihr kennt ihn als ruhrpott sohn aus dem chat und jetzt seht ihr immer live ja eric was machst du eigentlich ja ich bin außendienstler für die aqua united die aqua united ist die vertriebsgesellschaft der marke tropik marine und aquarium münster mit deren pflegen produkte mit der medikamenten und mit dem futter von dr basler ja da bin ich ja momentan auch an das zu testen genau das vertreibt dann die aqua united wie gesagt also hauptfirmen sind halt tropik marine und aquarium münster wir vertreiben unter anderem noch die teco kühler die aquarien kühler sich produkte flipper itc und senai ich muss mich direkt dafür entschuldigen ich habe seit gestern keine stimme mehr ich habe nicht getrunken ich habe nicht gesungen sondern meine stimme ist einfach nur so weg kann passieren aber ist auch schon ist also ziemlich voll hier wir sehen das ist gerade nicht aber es ist heute am donnerstag am feiertag ist wirklich richtig was los hier und ja wollen so ein kleines bisschen anschauen was ihr hier so aufgebaut habt also so neues präsentiert und dann schauen wir uns das mal etwas genauer an gerne auf geht's und los ja erste produkt hier und schon wieder ein ciano produkt am markt genau was habt ihr euch dabei gedacht und was ist an diesem produkt anders als wir an allen anderen was am markt ist ich könnte jetzt sagen es wirkt zu 100 prozent gibt es eine garantie nein die gebe ich dir natürlich nicht okay man sollte natürlich auch immer so ein bisschen gucken dass man seine werte immer noch im auge behält also ich sag mal phosphat und nitrat sollte natürlich irgendwo im verhältnis sein wenn das natürlich aus der range ist dann werden die wahrscheinlich auch immer mal wieder kommen also da muss man so ein bisschen darauf warten dass das irgendwo auch passt wir haben ja grundsätzlich die problematik dass cianus dann in der regel auftreten also in der regel also das ist jetzt nicht hundertprozentig dass wenn irgendwas aus dem gleichgewicht geraten ist beziehungsweise wenn irgendwo bereiche sind die von normalen bakterien nicht mehr besiedelt werden oder die wo keine normalen bakterien mehr siedeln dann finden sie haben sie sich ja in dem bereich fühlen sie sich eigentlich wohl ja so grundsätzlich ist es ja eigentlich so also ich gehe hin und sagt cianus muss man immer stören das problem hat der torsten jetzt zum beispiel im moment gehabt so nach dem motto ja er setzt jetzt keine anderen sachen ein sondern geht im prinzip nur hin und saugt ständig ab also stört die mechanisch was kann dieses produkt noch dazu beitragen es ist so dieses produkt ja bringt so ein bisschen den gegenspieler mit ein was sie zu ja noch eigentlich mögen wir haben jetzt hier probiotische bakterien drin die eigentlich als konkurrenz zu den cyanus stehen sollen also die mechanische störung soll auch bei diesem produkt weiterhin bestehen bleiben also absaugen genau aus dem becken entfernen am besten dann in kombination mit dem wasser wechsel oder aber um schlauch reinhängen unten ins filter becken fließfilter oder man hat auch hat er gehabt so holt sie mit der watte aus dem system raus und dann das produkt dementsprechend wie es in der gebrauchsanweisung steht dosieren aber ganz wichtig ist halt dieses mechanische stören vorher am besten in kombination mit einem austrag was gesagt probiotische bakterien was ist noch drin das es ist noch zeolith mit drin okay das trägt dann auch noch mal dazu bei die die stoffe die die cianus brauchen wir haben wir haben im prinzip einmal einen biologischen ansatz und wir haben einen ansatz der in ich sag mal in die nährstoffversorgung mit eingreifen zeolith bindet ja ammonium richtig genau ja und das heißt ihr müsst also wenn das was einsetzt dann im endeffekt auch euren nährstoff haushalt ganz wichtig im auge behalten genau das ist gang und gäbe das sollte man generell mit dem auge behalten natürlich sollte es jetzt nicht wer weiß wie absacken aber das ist ein guter ansatz weil hans werner sagt immer als hans werner balling sagt immer gut ammonium ist auch so ein treibstoff für cyanos und das wollen wir da mit dem zeolith in einem zuge austragen ist ja im endeffekt das was was unsere korallen und generell unsere biologie am meisten und am schnellsten aufnehmen kann genau das ammonium genau wichtig zu erwähnen ist noch dabei diese leise muss ich sorry muss ich gerade noch sagen nicht unbedingt das ammonium sondern eigentlicher steckstoff ja weil die die vorstufe wird man jetzt nicht genau dass das ausblenden sondern es geht eigentlich der steckstoff ammonium ammonium etc pp der nitrifikationskette und da greift das zeolith dann halt unter anderem auch mit ein genau genau wichtig zu erwähnen ist noch das produkt mit dem zeolith und mit diesen probiotischen bakterien die sammeln sich schon mal ganz gerne am bodengrund der flasche aus diesem grunde ist die flasche leicht transparent so dass man das auch immer noch mal unten am bodengrund sehen kann können dass meine kamera halten weil den hasse geschüttelt eben den habe ich gerade geschüttelt und hier kann man so ein bisschen sehen das ist etwas dunkler setzt sich das dann unten am boden ab das heißt also dementsprechend gut schütteln im vorfeld damit dann auch alles gut verteilt ist definitiv also steht auch mit auf der flasche es darf kein bodengrund mehr zu sehen sein und auch wenn der bodengrund nicht mehr zu sehen ist lieber noch mal ein paar sekunden länger schütteln das wirklich da ist und dann auch sofort dosieren nach der mechanischen entfernung der ziel ist alles klar ja hört sich gut an bin ich gespannt drauf ja gehen wir zum nächsten über machen wir so sind wir im nächsten bereich flaschen 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 ganz viele flaschen erzähl mal was haben wir jetzt ja wir haben ein neues element versorgungssystem okay und zwar gehen wir da so ein bisschen einen anderen ansatz wir haben herausgefunden oder der hans werner hat sich mal ein bisschen intensiver damit befasst und zwar wollte mir die ganze sache mit den elementen auch so ein bisschen vereinfachen wollten aber den engagierten aquarianer trotzdem noch eine zweite möglichkeit bieten das einfache system das haben wir mit unserem blog system geschafft und zwar haben wir fünf flaschen mit unterschiedlichen elementen und wir gehen halt den ansatz dass wir sagen wir nehmen ein kernelement und im verhältnis zu diesem kernelement verbrauchen sich auch andere elemente ja und das haben wir jetzt zum beispiel wie bei dem blog jod haben wir dann herausgefunden dass das eisen oder das sehen sich im selben verhältnis zum jod verbrauch verbrauchen und dann haben wir gesagt alles klar wie können wir das vereinfachen wir haben gesagt wir nehmen fünf flaschen mit fünf kernelementen die dann gemessen werden und dementsprechend an mein verbrauch angepasst werden das heißt diese fünf kernelemente stelle ich ein und dem verhältnis dazu verbrauche ich auch die anderen kernen die anderen spuren elemente die mit drin sind das wird im prinzip on top auf das normale auf die normale grundversorgung sprich vom kh vom kalzium wird das dann mit rein reingebracht oder wie muss ich das verstehen und kalzium sind getrennt davon das ist nur das blog system rein nur für die spurenelemente ok das wird also nicht mit in diese elemente wie bei anderen versorgungssystem mit beim kh reingemischt oder beim kalzium reingemischt nein nein das kommt also vollkommen separat wird das auch vollkommen separat damit du deine kompletten spurenelemente halt mit deinem aquarium versorgen kann ich müsste fünf verschiedene flaschen also fünf kanäle dosieren oder kann ich die in verschiedenen sachen zusammen mischen tatsächlich kannst du auch zusammen mischen wichtig ist halt nur wenn du jetzt dein strontium gehalt und dein nickel gehalt ermittelt hast oder beziehungsweise den verbrauch ermittelt hast dass nickel und strontium sich gleich verbrauchen weil wenn du sie zusammenschüttet ist und du siehst 10 ml am tag dann musst du sicher gehen dass du 10 ml nickel am tag verbrauchst und 10 ml strontium jetzt nur beispielhaft habt ihr da irgendwie einen rechner wo man sich das ganze zusammenstellen kann oder wird das mit einer wird ja grundsätzlich anhand einer icp ermittelt der dann die dann wahrscheinlich sagen wir mal auf ein oder zwei darauffolgenden monate ein verbrauch ermittelt werden wird war was wie runter geht richtig ganz genau da sprichst du jetzt schon das nächste thema an das ist dann die icp analyse okay die wir dann auch mit anbieten von tropik marine du kennst es von anderen herstellern alles gleich probe ziehen ja proben nummer online eintragen also vorher musst du dich natürlich registrieren ja du kriegst an einer icp auswertung so wie du es gewohnt ist per e mail und bekommst dann auch immer eine interpretation dahinter so wie es das auch gewohnt ist von manchen herstellern und zusätzlich soll dann noch ein rechner oder eine dosierempfehlung mit implementiert werden okay das heißt also ich krieg dann anhand dieser icp eine empfehlung wie ich dieses system zum beispiel dosieren könnte genau genau da gibt es da kommen wir ja noch mal gleich so das zweite system wir sind da noch dran also es wird jetzt nicht unmittelbar auf den markt kommen aber es wird kommen aber ihr seid dran genau deswegen ist es im endeffekt angedacht dass halt genauer verbrauch ermittelt wird dass man dann hingehen kann okay ich habe jetzt meinetwegen im vormonat die und die werte gehabt ich habe jetzt die und die werte und dass ein rechner hingeht und sagt theoretisch ist das der wert der dann dosiert werden müsste ganz genau den genau das kriegst du ja auch in der regel nicht mit einer icp hinne das muss ja mehr genau also man sollte so mindestens drei icps machen das sind damit du erst mal eine range hast du weißt wo bist du überhaupt mit deinem vergleich das natürlich dann auch in regelmäßigen abständen so dass man sich selber umrechnen kann oh das ist jetzt mein tagesverbrauch so wie es jetzt auch mit anderen elementen wahrscheinlich schon machst hört sich sehr spannend an ja das ganze wie gesagt gekoppelt mit einer icp da wird es dann auch zwei verschiedene geben einmal die icp plus da hast du dann noch mal deinen osmosowassertest mit dabei wie gab du hast deine zweimal 15 ml die du auffüllen muss eine große flasche du hast ein spritzenfilter du hast eine spritze dabei dann noch einmal die einfache version da wissen wir noch nicht ob in dieser einfachen version diese icp light oder diese free icp die viele hersteller anbieten ob wir das so machen oder ob wir sagen wir testen auch auf jeden fall noch mal die salinität oder den kh mit dabei oder ob wir sagen du pass auf es geht jetzt nur um diese spurenelemente ja vielleicht macht das sinn ist dann auch ein bisschen günstiger wie die große icp müssen wir mal gucken wie wir das machen da wissen wir noch nicht so hundertprozentig aber halt zum ermitteln der werte werden große icp natürlich wichtig genau obwohl du im endeffekt alles drin genau du kriegst aber auch mit der kleinen halt eben deine spurenelemente kriegst ja hin nur halt wir haben manche nährstoffe und auch kar und salinität werden bei der großen ja nicht mitgemessen was gesagt da kommt noch was ja dann gehen wir auf die andere seite machen wir auf der anderen seite des tisch und noch mehr flaschen um gottes willen ja als die einzelne elemente genau wir haben uns gedacht gerade aquarianer die jetzt neu anfangen und dieses repartoire dann sehen die werden wahrscheinlich so ein bisschen abgeschreckt sein von dem so nach dem motto es kostet ja wahrscheinlich mehr als mein eigentliches backhand deswegen haben wir gesagt wir machen es einfach ein bisschen einfacher mit unserem block system für den ambitionierten aquarianer der wirklich an den einzelnen stellschrauben drin will der vielleicht mit irgendwelchen elementen noch mal spezielle farben rauskitzeln will der ist wirklich sehr sehr fein einstellen will haben gesagt du pass auf wir bieten dann noch mal die kompletten einzelnen elemente an um es einfach individuelle einzustellen wobei ich die ja eigentlich auch brauche um erst mal meine grundvoraussetzungen herzustellen also sprich meinen status quo theoretisch gehen wir jetzt mal davon aus dass ich ein laufendes becken habe und das system umstellen möchte muss ich ja erst mal ein status quo herstellen ja und da kennen wir ja im prinzip von den von allen anderen herstellern auch ob es jetzt ati fauna et cetera ist die haben natürlich auch ihre einzelne elemente und da müssen wir natürlich auch erstmal hinschauen dass das dann genau also ich sag mal im grunde hast ja ein versorgungssystem wo schon viele elemente mit drin sind ein gutes da bist du ja schon mal gerade am anfang bisher schon mal mit den elementen abgedeckt und dann über die icp halt eben zu gucken du entweder dieses block system um es einfach zu halten oder aber ich brauche es nur einzeln oder aber ich will die volle range und will es wirklich sehr sehr einzeln und fein abspälen gut hört sich schon mal interessant an aber definitiv habt ihr ja dann auch ich sag mal dann in eurer icp die entsprechenden dosieranleitung für diese einzelne elemente auch genau genau also ist wie gehabt du gibst dein wasservolumen ein und dementsprechend wird auch eine empfehlung gegeben so damit du jetzt wieder beim perfekten ausgangswert bist gibst du jetzt so und so viel ml dann dazu womit wir dann wieder bei der sache werden was ich predige grundsätzlich immer beim bei dem system bleiben wo man mit arbeitet also sprich wenn ich tropic marine fahre dann sollte ich auch bei tropic marine bleiben ja ja damit ich dann auch dementsprechend das nutzen kann was wir die icp im endeffekt vorgibt weil wenn ich jetzt ganz dumm gesagt wir machen icp bei euch und da steht jetzt so und so viel jod oder fluorid nachgeben und im endeffekt habe ich aber jetzt ein produkt von einer anderen firma wäre aber in dem fall gar nicht so schlimm nein weil wie gesagt bei dem block system koppelt sich das ja noch einen anderen und bei dem produkt von dem anderen hersteller also das versorgungssystem hast du trotzdem dann immer diese mangelsituation die du mit unseren elementen auffüllen kannst okay also die interpretation ist jetzt nicht auf das versorgungssystem gebunden er noch ganz sagen okay da in meinem versorgungssystem ist jetzt ein bisschen zu wenig flur oder wie auch immer du kriegst einmal ja beim endeffekt um die konzentration also die menge die ich halt zu führen muss weil wir wollen es ja einfach halten in der icp steht ja meistens dann drin füge meinetwegen sechs mal 60 70 milliliter fluorid zu genau dann bist du ja erst mal auf dem wert den du anstrebt das gilt aber zum beispiel bei ati auf das produkt von ati das meine ich ach so okay dass man also die konzentration des produkt ja also sprich die umrechnung im endeffekt darauf möchte ich hinaus genau das muss man dann entweder beim anderen produkt von also beim anderen versorgungssystem herausfinden wo ist da die konzentration damit ich da wirklich entweder man rechnet sich das ganze selber aus oder man nimmt dann die entsprechenden produkte zum system genau das war meine intention ja 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 okay gehen wir weiter dann ja starten wir so ja stehe ich schon wieder voll im weg ich gehe mal ein bisschen auf seite wo sind wir jetzt hier bei sitz genau wir sind bei sitz ist in deutschland ein eher unbekannter hersteller ja nicht ganz unbekannt aber ich sage mal nicht so verbreitet genau er ist nicht so verbreitet ich selber finde die firma eigentlich cool sie ist innovativ die connectivity spielt bei sitz auch immer eine größer werdende rolle also strömungspumpen sind steuerbar rückförderpumpen sind steuerbar alles per app auch richtig schön also die machen das echt cool okay als kleine info noch mal so der claude hug dieser kleine franzose mit der brille der vorher bei tunze war ja genau genau kenne ich ja der ist jetzt bei sitz okay der hat bei tunze ja schon einiges gerissen ich glaube die wavebox und den innenabschäumer bei tunze mit entwickelt der war auch beim beim hub bei diesem ja liegt mir auf der zunge ich komme nicht drauf könnte sein weiß ich nicht ist so er hat mit dran programmiert an diesem tunze habe ja ja und ich sag mal in der deutschen meerwasser aquaristik der ist jetzt bei sitz und das erste was er bei sitz gemacht hat er hat einen kleinen innenabschäumer gebaut ich wollte gerade sagen kommt mir irgendwie bekannt vor das design ja genau ist ähnlich es ist ähnlich ja vom grundprinzip her wie der tunze ja es ist recht neu wir haben noch nicht so wirklich was erfahren wie die technik an sich funktioniert aber im endeffekt wird ja wahrscheinlich so funktionieren wie der tunze innenabschäumer und nur halt eben mit dem sitze brand ganz lustig ist man kriegt fünf jahre garantie diese innenabschäumer sind erstmal wenn 150 liter becken ausgelegt ja und für ein 300 liter becken also für den für den start eigentlich ganz gut ganz genau preislich wissen wir noch nicht wie sich der einordner das produkt ist jetzt geradezu fertig geworden und ich gehe aber mal ganz stark und aus dass er preislich wahrscheinlich interessant sein wird ist zu vermuten ja ja rückförderpumpen hast du gesagt da können wir ja im prinzip die die sind kraft die die haben wir ja schon mal hier und da gesehen genau und ja okay ich selber nutze auch die 7.0 von sich ich bin da super mitzufrieden akustik her auch total top also die reinigt sich auch von selber also ich weiß nicht die musik alle zwei jahre mal auseinandernehmen und sauber machen ja also ich bin da super mitzufrieden das ist auf dem deutschen markt so ein bisschen verkannt aber da wollen sie auch dran arbeiten und mal gucken was da noch kommt ja okay es sind ja auch genug andere da die ziemlich breit sie schon breit gemacht haben definitiv die natürlich alle nicht schlecht sind gar keine frage wollen wir wollen ja nicht so laut werden aber dass das eine selbstreinigungsfunktion haben das ist plötzlich schon mal sehr interessant ja ja und auch vom produkt her sehr sehr wertig man nicht immer seine fünf jahre garantie und ich bin da super mitzufrieden auch mit der app wie liegen die preislich ungefähr ist immer unterschiedlich diese verkauft werden also weiß ich jetzt nicht so oft ist der preis ist sehr unterschiedlich von händler zu händler aber ein cooles dabei ist immer noch man kriegt immer noch mal eine temperatursteuerung mit dabei also keine temperatursteuerung sondern du siehst wo die temperatur ist bei den strömungspumpen als auch bei der rückförderpumpe temperatur des tatsächlichen wassers oder temperatur der pumpe des tatsächlichen wassers okay ja bei allen steuer also per app steuerbaren strömungs- oder rückförderpumpen hast du immer ein temperatur sensor dabei und du kannst auch deine notifications deine benachrichtigung einrichten dass du sagst du pass mal auf fällt das unter diesem wert kriegst du halt nachricht auf dein handy und kannst auch weltweit halt eben sehen wie ist gerade die temperatur wenn man es braucht ist wahrscheinlich der monitoring ja okay das ist natürlich wenn ich generell nicht auf smart mein gesamtsystem aus aufgebaut habe ich sag jetzt mal thema refactory zum beispiel wo man selber hatte temperatursteuerung und und er hat ist sowas natürlich schon interessant sieht natürlich nur als reine überwachung aber ist halt ein nettes feature wie finde leisten ja klasse ja was haben wir hier noch sein bin ich ja gerade dran der rief ist ja kann ich eigentlich nur pauschal sagen dass das gerät wird absolut verkampft ja es kann definitiv mehr als wie es tatsächlich erst mal viele leute haben sie nur gekauft wegen lichtmessung gleich das spiel mit maria ok ist sie ist eine reine lichtmessung aber der center rief der ist natürlich er kann noch einiges mehr ja habt ihr ein entsprechendes video von mir gekriegt schaut einmal rein ja was haben wir noch ja dann vertreiben wir noch teco also die teco kühler haben auch einen hervorragenden ruf gerade in australien oder in amerika auch werden sie sehr häufig verkauft sind komplett aus titan und sehr sehr robust wir machen ja auch die als aqua united die garantie abwicklung ok für teco das ist das produkt neben sich was wir wirklich sehr sehr lieben also da kommt sehr sehr wenig zurück wirklich guter kühler der lange hält jetzt kommt natürlich die die frage kühler habe ich ja irgendwann mal ein video darüber gemacht von wegen akustik separater raum und wie ist das bei den produkten gut viele stellen den sich wenn man den platz hat noch mit in den unterschrank ok selbstverständlich gibt er ein bisschen wärme ab danke selbstverständlich gibt er auch ein bisschen wärme ab im unterschrank ist er natürlich nicht so effektiv wie in einem anderen raum er sollte natürlich frischluft und genau aber den kannst du auch locker wenn er denn überdacht ist den könntest du sogar wenn du ihn einigermaßen schützt mit einer wand durchführung nach draußen stellen coole idee ja wer für dich vielleicht auch noch mal was tatsächlich habe ich links neben meinem aquarium eine wand die direkt nach außen ist dann muss das nur noch mit seiner frau klären klären wir ich arbeite dran ja ja aber wie gesagt super produkt tut das was er soll er ist klar man hört ihn das ist ja auch irgendwo eine gewisse grundlauchstärk ist das genau der der arbeit richtig ganz genau ihn gibt es jetzt auch in der variante also mit einer heizfunktion das heißt du brauchst auch keine temperatursteuerung mehr kein extra heizstab der ist damit verbaut ok also das gerät du stellst eine temperatur ein und erhält die hört sich dann richtig ausgelegt ist für deine beckengröße da muss man immer so natürlich dann dementsprechend zur beckengröße das passende gerät holen genau wir haben hier 500 150 2000 gibt es noch einen zwischen ja da gibt es noch mehrere zwischen es gibt ein tausender ich habe letztens sogar noch einen größeren verkauft es war glaube ich irgendwie so ein kältebecken im wellnessbereich ok ja da wurde dann noch größer gekauft also er kommt dann wirklich auf eine palette wusste ich auch noch nicht teco selber kommt aus den usa ne teco selber kommt aus italien jetzt mit usa gehabt sie werden überwiegend genau in amerika oder auch australien australien ist der stärkste markt für teco ok also jetzt klar sie haben es ja ziemlich warm da genau da hat ihnen sagen wirklich fast jeder reefer hat dann auch des öfteren mal ein teco ja hört sich äußerst interessant dann ja ja klasse gut dann bedanke ich mich für den kleinen einblick hier sehr gerne schön dass heute hier was ja ich freue mich auch ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bis denn oder wir sehen uns spätestens im chat oder so und ihr könnt dann beim nächsten video oder ja wann auch immer soll ich hinterlassen und es geht an irgendeinem stand weiter ich weiß noch nicht wo schauen wir mal ich bin momentan ein kleines bisschen überwältigt hier von dem ganzen es ist sehr viel es ist echt heftig ja also in diesem sinne bis zum nächsten video